Servus, zu grüsch zu Minecraft, lang lang ist's her, nicht wahr? Ich kann mich kaum noch dran erinnern. Und sehe sogleich zu Anfang, wir sollten vier Hirne fressen. Super toll. Wenn wir schon positiv denken. Ja, wir werden jetzt hier mal kurz in der Ecke abgammeln. Ich hoffe, ihr habt's alle mitbekommen. Ich hab dazu auch ein Video jetzt inzwischen mal gemacht. Eben, dass weniger Videos von mir kommen werden. Hat es auch beim letzten Minecraft-Part drüber stehen. Ja, warum kommen weniger Videos? Das liegt daran, dass ich einfach viel mehr eingespannt bin inzwischen. Also, ich hab über eine, wo ich bin. Und und und. Ähm. So, ich will kurz das... ...Gäng zu... ...Wir müssen auf E... ...sollte auch E sein. Ähm, ja. Ich spiele in letzter Zeit auch... ...wenn ich mal Minecraft spiele... ...eher Fleet the Beast, muss ich sagen. Fleet the Beast leicht... ...leitend. Ähm. Ich spiele mal mehr Wehen schon. Nicht einmal, dann... ...dann bin ich... ...bitter... ...nagelnd. So. So. Sterben. Der mag sterben. Auch nicht so wirklich. Oh Gott. Wieso erreiche ich die nicht mit dem Schwert? Kann aber da theoretisch was abbauen. Naja. Jump and run. Smash it! Achso. Stimmt. Der kommt wieder. Was laber ich denn da schon wieder? Das wäre ich. 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 Hey du. Du da. Machst du. Tschüss sagen. Oh. Ich hab doch gesagt, du warst. Tschüss. Du sagst tschüss. Ach. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Ende aus Passat. So. Neue Höhle. La 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 la. Und? Ich. Das war jetzt das Zeichen werden müssen. Zurück. Der Hunger nagt auch schon wieder an uns. Und. Ich hab nichts zu essen. Warum habe ich eine Höhlentour begann. Begonnen meine ich. Ohne ausreichend Essen dabei zu haben. Kommt aber auch viel zu schnell her. Besonders schwer wird denn hungrig wenn man gerade Gehirn gegessen hat. Ich mein. Ich esse auch immer Gehirn. Und werde dann nicht hungrig. Weil ich auch so gern Gehirn hasse. So. Ähm. Keine Ahnung wo ich herkomme. Natürlich. Die beste Voraussetzung. Für sowas. Ich. Denke. Ich denke es nur. Ich muss hier hoch. Weshalb ich hier jetzt einfach mal hoch schwimme. Nein. Oh. Huch. Ich glaube schon. Deswegen nehmen wir mal diese Aktivkürzung doch. Ja doch. Ja doch. Ja doch. Ja oder weniger geht es hier schon nach draußen. Ach du. Hier bin ich reingekommen. Na dann. Na dann. Haben wir es noch geschafft. Höhen so hinten aus. Ja. Oh. Äh. Oh. Was sollte ich hier unbedingt wegfragen. Das hier noch mit. Und eventuell werde ich das mal so auskleiden. Damit. Wie so eine mystische Höhle zu sehen. Aber auch nur eventuell. Ich brauche ja wohl erstmal den Sandstone für unser Haus. Wie sich immer das. Der Himmel. Äh. Äh. Verändert. Habe ich Holz dabei? Ja. Strange. Achso. Ja. Was ich auch noch sagen könnte. Ich spiele immer noch. Mit der. 1. 5. 2. Ist das glaube ich. Einfach weil. Keine Ahnung. Ich. Kein Sinn daran. Wäre. Wirklich. Äh. Mir das Update-Best jetzt. Das Neueste. Zuholen. Weil ich. Ich es nicht als. Äh. Richtig. Ich finde. Die Pferde. Wow. Und so. Ja. Achso. Stimmt. Da gehts hoch. Aber wir haben noch nicht mehr existierenden Turm. Ähm. Wie weit haben wir denn alle zusammen zum Spiegel? Woah. Scheiße. Ist das hoch. Ne. Stimmt. Da wollte ich auch noch schauen. Wie ich es dann mache. Das. Ich denke. Das geht einfach in den Turm rein. So simpel mache ich das. Genau. Ähm. Ich sollte mal meine Schätze. Ähm. Runter bringe. Im Keller. Sobald ich hier ungebetene Gäste entfernt habe. Und ihres. Ihres. Gehirn nehme. Nicht. Ah. Ich nicht reden können. So. Frieden. Haben wir denn hier noch irgendwo was. am Braten gehabt. Ähm. Bisschen. 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 Ach. Da habe ich nichts mehr drin. Habe ich dann noch irgendwie sonst was geholt? Nein. Was war das denn für eine Höhlentour? Bisschen. Bisschen. Und hier. Und da oben haben wir Red Hellen. Dann haben wir Eisen daheim Kohle Noch mehr Kohle Die behalte ich mal eben noch Monster Loot Wo haben wir denn Monster Loot? So Hab ich wieder nicht hier rein, okay Ich hab ne Kakaobohne, woher hab ich zum Geier ne Kakaobohne? Wo zum Geier hab ich ne Kakaobohne her? Das frage ich mich grad ernsthaft Wo haben wir denn natürliches Kakaobohne Oh, ich hab Leben noch dabei Warum seh ich das denn nicht? So, dann können wir das nochmal brennen Ich hab Sandstein Und ein bisschen Sand hab ich auch noch Da braten wir das alles mal zum Sandstein Und das wieder mit dem Trepp Ah, einmal geht noch Einer geht noch Einer geht noch So, dann Ähm Der Part sollte jetzt dann eigentlich auch schon wieder in diesem Moment raus sein What? Waaat? Warte eben erst angefangen Egal Ähm Viertausendisch länger Habt ihr halt ein bisschen längeren Wie lang ist der Part denn jetzt? Oh, noch nicht Äh, okay Wie ist gerade mal 10 Minuten? Was laber ich? Ich dachte ich hab um Viertel Ich dachte ich hab um Viertel Ach, egal Unser Turm Der muss noch unbedingt wachsen Wir brauchen aber halt einfach viel mehr Lehm Das ist das größte Problem an Minecraft Es gibt zu wenig Lehm Wodurch man über 20 Minuten auch nicht kann Das finde ich schwer gratinierend Ach, ich weiß gar nicht was ich hier laber Ich glaub ich sollte doch schon wieder aufhören Ich muss auch schon wieder aufhören Ich hoffe ich kann diese Folge noch heute hochladen Wir haben heute Freitag Es wär dann schon das dritte Video diese Woche Unglaublich Im Gegensatz zur letzten Woche Wo glaub ich Ein Video kam Oh, da haben wir die Ferne gehört Wir gehen jetzt noch schnell zu den Viechern Hab ich was für sie Hab ich hier irgendwo ne Farm? Ich hab's mit wem Ey, ich weiß schon gar nichts mehr Oh, ich hab ne Farm Oh, ich hab ne Farm Oh, ich hab ne Farm Äh Ich hab schon wieder vergessen was ich da unten reinbauen wollte Ich vergesse es mir jedes Mal Das nächste Mal schreib ich's mir aber auf Ey Ach scheiße Ach scheiße Ich spiel schon auf einem Update wo ich die gar nicht mehr damit untergehen kann Ja das heißt sobald die 1.7 draußen ist und ich mir die neuen Mods dazu geholt hab Ähm Ähm Oh Philipp auch hier Oh Philipp auch hier Oh Philipp auch hier auch schon mal Ähm Gehen wir auf Welterkundungstour Und äh Denn dann wird äh Nach Karotten gesucht Und Kartoffeln Das muss ich ja dringend machen Ja Ich bin da einfach mal hier Ähm ja Servus Und nicht vergessen immer schön zu grinsen